Willkommen zu einer neuen Folge von CoolChamberTV. Heute zu Gast aus Köln, Oleana Feldl. Wie lange gibt es euch schon und was macht ihr für Musik schon euch noch kurz vor? Uns gibt es erst seit drei Monaten etwa. Das ist meine erste Band. Der Tacker, der macht das schon ein bisschen länger und wir haben uns nicht so definiert, in dem was wir tun, aber wir machen einfach und gucken mal, was daraus wird. Sehr schön, ihr habt schon einen ersten Auftritt dabei gehabt in einer kurzen Zeit. Ja, das lief auch ziemlich gut. Also unangekündigt immer irgendwo und wir haben jetzt am 11.11. unseren ersten Auftritt. Also, als alleinige Band richtig mit Eintritt und so. Mit Eintritt und so. Kann man vielleicht doch jünger mit der Musik Geld verdienen. Wäre schön, wäre gut, wäre praktisch auch. Ja, sehr schön. Was hören wir heute von euch? Das Lied heißt Red Skirt. Das ist unser erstes Lied, das wir geschrieben haben, das ich geschrieben habe. Wir holen uns mal heute. Gut, ich wünsche Spaß. Freut mich. Viel Spaß. Das war's. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020